Servus zu einer neuen Aufnahme Drakensang. Wir befinden uns in den Tiefen von Gruldur und müssen uns durch die Schächte hier kommen, um hier irgendwie weiterzukommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Also von daher müssen wir schauen. Wir haben hier noch ein paar Wege offen, die würde ich gerne noch abklappern, bevor ich wieder zurückgehe. Vielleicht haben wir auch hier dann in der Zwischenzeit eine entsprechende Möglichkeit. Räumen, Höhle, vielleicht kommen wir hier durch. Ich weiß es noch nicht. So, auf jeden Fall, wir haben einen Schlüssel gefunden gehabt in der letzten Folge und jetzt geht es weiter. Zeit, ihr ist schon wieder da. Oder ist es der letzte Überlebende? Ich versuche mein Bestes. Nein. Amazone voraus. Meine Rache. Na klar. Pulmen Paralys macht ja keinen Sinn. Da kommt auch mehr. So, den einen haben wir erledigt schon. Äh, nein. Lass das mal vor, Grimm machen. Ich mach das schon. Bei meiner Axt! Sterb! Ja! Arquatus! Kommt schon. Amazone voraus! Ja! Ja! Huah! Lass das mal vor, Grimm machen! Ja! Bei Angrosch's Bart! oph! Na klar! Arquatus! Ich mach das schon. ist halt nix so, wo will ich hin, da will ich hin da möchte ich jetzt hier irgendwie hier hoch genau Falle ausgelöst Tiefenarmöbel, okay folgt mir Zerritus, Zerritus, Astus alle mal hergehört ich versuch mein bestes Amazone voraus aufgepasst bei meiner Axt ja Okay, waren zwei stinkige Zwerge, aber das ist okay allemal hergehört ein Schwerg ein Wort folgt mir ich nehm die Sache in die Hand das bin ich das sind ein paar mehr für Ardo ich mach das schon ähm okay gar nicht gut gar nicht gut Arquartus ich nehm die Sache in die Hand ein Schwerg ein Wort folgt mir oh Gladys das wollte ich nicht nicht, dass ich die bis auf einen runtergepögel Zerritus, Zerritus, Astus ich mach das schon ich nehm die Sache in die Hand aber grad nur hin KANDIDUS das gibt's doch nicht das darf's doch wirklich nicht geben so aufgepasst für Ardo ja Zerritus, Zerritus, Astus meine Rache ich mach das schon für die Königin für Rondra das gefällt mir grad gar nicht Meisterparade ne mach grad kein Zinfinte gegen ihn drei Sekunden kurkumm aufgepasst bei meiner Axt aufpasst na Gott sei Dank ist der weg jetzt haben wir noch einen ich versuche mein Bestes ich nehm die Sache in die Hand ein Schwerg ein Wort das ist damals zum Angriff sterb sterb aufgepasst Lass das mal vor, Grimm, machen. Ein Schwerg, ein Wort. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Aufgepasst. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Ich helfe. Was war es dieses Mal? 1918. Allemal her gehört. Aufgepasst. Das bin ich. Das haben wir hier. Okay. Ja, ich weiß, dann kommt ein weiterer Möbel. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Gute Entscheidung. kunditos. Immer mal zwei Stück i. Ich hab ja auch ne stinkende Amazone. Gut. Arquatus. Cerritos. 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 Ah, für die Königin! Für! Rondra! Ja! 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 Lass' das mal vor Grimm machen! Gute Entscheidung! alles klar sehr schöner pfund ich nehme die sache in die hand 56 du karten sind halt nicht zu verachten jetzt bin ich gespannt wie es aussieht da wollte ich ich würde so hoch schon geschehen gibt es nicht das gibt es nicht immerhin einmal wird das war es hier drinnen dann hätten wir den nächsten abgang hier vorne so Untertitelung. BR 2018 Auch kleine süße Spinnchen. Folgt mir. Ähm. Ich nehme die Sache in die Hand. Wird gemacht. In Ordnung. Ich kann mal alles mitnehmen. Um die kümmern wir uns gleich, sobald es wieder soweit ist. Es ist soweit. Mit meiner kommen andere. Aufgepasst! Folgt ihr mir? Das bin ich. Dezeption. Dezeption. Na klar. Kandidos. 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 schau mal nach wenn es heute ist okay flammenstrahl arquatus kann das allemal her gehört ich lass das mal vor grimm machen für ardo das bin ich die ception ich nehme die sache in die hand in ordnung es 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 ich mache das schon nein ihr nicht schon drei wunden aufgepasst schon geschehen gut wir haben gesagt wir wollen doch diesen gang entlang laufen machen müssen wir es nicht soweit ich weiß aber wir wissen ja was beim anderen noch da gewesen ist ich bin ein eier ich bin ein eier und ja ich nehmt die sache in die hand hier schauen wir nach kriegen wir das hin du nicht kandidus vorax kam du komm du komm du komm Direkt bewusstlos. Warum jetzt? Bewusstlos, benommen, benommen. Na, so schlimm ist es jetzt nicht. Meint ihr? Für Ardo. Meint ihr? Amazone voraus. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich? Candidus. Nee. Vorrax. Zauberspruch fehlgeschlagen. Aufgepasst! Ich mach' das schon. Stopp! Amazone voraus. Meine Rache. Ein Schwerg, ein Wort. Bei meiner Axt. Folgt mir. Zerritus. Zerritus. Astus. Der Stern. Candidus. Aber das funktioniert das? Du bist der hier. Na klar. Du bist der hier. Aufgepasst! Du bist der hier. Du bist auch den hier. Vorrax. Arquatus. Dezeptio. Ich mach' das schon. Lass' das mal vor, Grimm machen. Ich nehm' die Sache in die Hand. Meine Rache. Alles klar. Mhm. Fuhrax. Arquatus. Zerritus. Zerritus. Astus. Ja! 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 Aufgepasst! Jupp. Das bin ich? Ich mach' das schon. Heya! Ich mach' das schon. Kurkum! Ein Schwerg! Ein Wort. Ja! 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 Na klar! Ja! 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 aufgepasst für ardo gute entscheidung meine vorax auf kälte reagierte heilen das kannst du nicht ausdenken folgt mir nein 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 wo kannst du hin wo kannst du hin wo kannst du hin gute entscheidung schon geschehen ja 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 Ich mach das schon. Nein. Ich versuch mein Bestes. Amazone voraus. Na komm. In Ordnung. Dann halt nicht. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich fahre erstmal weg. Ich mach das schon. Hm. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich kann das Zeug nicht einsamer, weil es nichts bringt. Und? Na komm. Ich nehm die Sache in die Hand. Ich mach das schon. Mhm. Mhm. In Ordnung. Das tut einem regelrecht weh. Die Werte. Gute Entscheidung. Mhm. Gute Entscheidung. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich könnte man auch sparen. Ein Schwerg. Ein Schwerg. Gut. Den Inhalt nehme ich nicht mit. Es macht keinen Sinn für mich. Alle mal her gehört. Wird gemacht. Gehen wir kurz nochmal durch. Ich helfe. In Ordnung. Ich helfe. Okay. Passt auch. Das sehe ich jetzt eher weniger. Hm. Bein. Das sieht bestimmt. Ich spüre. Okay. Ich komme. Wat stimmt. Ich. Ich nehme. Nein. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme. Ja. Und. Ich nehme. ich habe ich glaube das ist auch hier durch haben wir den gang hier noch mal reingehen können war es auch hier da komme ich nicht weiter das heißt hier bin ich jetzt erst mal durch habe ich hier oben sagt bank ist okay gehen immer hier runter schauen nach ob wir hier andere möglichkeit haben auch vielleicht geht unter jetzt auf da drin ist was folgt der ein augen bewacht das herz vor der gier der gräumenwesen und den augen finsterer lachen gut rondra leitet uns wir sind auf der richtigen spur zum adamantinnen herzen sollte sollte das adamantener herz etwa hier in den tiefen des berges sein es muss sein geheimnis selbst vor meinem volk bewahrt haben ich halte es kaum noch aus wir finden es vielleicht wirklich so finde den zweiten schlüssel für den dritten schlüssel ok zwergengest findet das amulett wer sie haben hier erschienen bat mich um sein dasein zu lösen da muss schon das ist der sinn lösen kann es am letzt das liebste gab dann von dem verhassten geräume geschulden wurde soll mir auf das uhr danach gegeben ok habe es noch nicht ein toter gräumen gute entscheidung ist es nicht die zwerge hätten die gräume wegen ihrer gier und drachen verehrung einst ausgerottet das stimmt wohl nicht ganz bei meiner axt amazone voraus alles klar bevor ich weitergeben moment ja weiß nicht wie es weitergeht weit hohen todokräumen mehrere allemal her gehört ich versuche mein bestes sehr gut mit hätt ich mich auch gewundert wir probieren es mit feuer arquatus candidus Deceptio Candidus Let's defend Zum Angriff Nekla Arkvatus Furax Cerritus Cerritus Astus Ich mach das schon Das bin ich Lasst das mal vor Grimm machen Okay Das ist Baukunst meiner Vorfahren Älterer Drugulax Stil würde ich sagen Um die 6000 Jahre alt Die Gräume müssen einst diese Bereiche erobert haben Wir wandeln auf einem Schlauch Aufgepasst Nee Ach mehr und Hute Meint ihr? Ja Ah, meine Rache. Gute Entscheidung. 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 So, ein bisschen Feuermus. Wird gemacht. Wird gemacht. So, ein bisschen Feuermus. So, ein bisschen. 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 So. So. Bei meiner Axt. Ich mach das schon. Rezeption. Alles klar. Zerritus, Zerritus, Astus. Bist du bei diesen Kämpfen gestorben? Oh, in einer anderen Falle? Nein, ich habe gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich viel versuchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben die Zwerge sich... Warum haben sich hier Zwerg-Ungräume bekämpft? Die Gräume-Murin waren scheußliche Drachenfähre. Warum heißt das... Weißt du das nicht mehr? Die Gräume haben hier wirklich einen Drachenfähre? Zelsam. Hast du jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen, aber ich habe ihn nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Warte, nicht die Luft auflösen. Scheide. Aber egal. Wir speichern einmal kurz noch ab. Überschreiben. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.